Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, ich habe den Namen des Spiels vergessen, vor lauter Aufregung. Secret of Mana 2, der deutsche Übersetzung von den G-Trans Version 2.03 Beta Revision 10.46 und der Kabel ist mit dabei. Yay, was geht? Und mit dabei ist auch die Mary. Ich begrüße sie und wir wissen jetzt eigentlich wo wir lang müssen, wir haben uns so drauf verrannt. So komm, wir rennen jetzt einfach an den Typis vorbei, ja? Ja, können wir machen von demnächst. Nimm gar nicht nichts. Weil die sind jetzt mir echt schnupsen. Echt schnurzbieb, egal, u. Ja, hallo Nachbar, komm wir trinken mal ein Schlicksal miteinander. Ein Schlicksel. Und jetzt? Ah, jetzt sind wir hinter dem Stein. Ihr habt irgendwas erzählt von wegen Treppen. Naja. Ey, guck mal, leg mir hart am Arsch. Jetzt gibt's kurz. Ne, warte, ich will die andere, ich will die andere nehmen. Nein, du nimmst nicht die andere, die hab ich schon. Nö, ich bin die Kielbill. Ich muss dich weichern. Oh, guck mal, als ob wir jetzt ne halbe Stunde rumstanden. Ja, er hat glaube ich. Ja, nee. So, weiß ich. Nein, mir doch nicht. Guten Tag. Diese Statue der Göttingen strahlt die gleiche Energie wie die Mahlersteine aus. Du kannst dir Klassenwechsel durchführen. Juhu, wir haben noch nichts. Sofern du über die nötigsten Gegenstände verfügst, um da aus Siegel zu sprechen. Über den nötigen, nicht über den nötigsten. Versuche, ja. Du hast nichts. Ne, er macht irgendwas. Jetzt geht's. Versuche, den Klassenwechsel durchzuführen. Schließt die Augen und konzentriert ihn. Ja, dann, mach mal. Hey, du sollst dich messen. Ja, die stärker, los. Kill the concentration man. Bam, bam, bam. Ja, weh mir. Ja, für diesen Klassenwechsel benötigst du einen Gegenstand. Bla, bla, doch schön. Was wirst du tun, Mama? Das sind aber keine Gegenstände, oder? Wir haben keine Gegenstände. Nein, wir haben gar keine. Ich wusste doch, wir haben keine. Aber das sind so Noobs, eh. Wir haben nichts. Ja, aber auf den Bonbon rein, ist egal. Nee, geht nicht. Hast du es dir anders überlegt? Wie heißen die Gegenstände, die wir brauchen? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wenn wir die in unserem Ringmenü haben müssen. Ja? Ja. Dann kann es doch sein, dass ich jetzt aus Versehen den falschen Knopf gedrückt habe. Kannst du abhauen, so. Dann guck mal rein. Was haben wir denn da drin? Das ist doch eine Wolfsseele. Und zwar, nee, nee. Wir wissen ja nicht, was das Zeug ist. Oh ja, wir wissen es eigentlich schon. Was, Gleipnir? Was ist denn das? Gleipnir? Ja. Also, wir bräuchten. Ja, erzähl mal. Genau, das brauchen wir. Nee, warte. Items. Ja, ja, ja. Warte, Gegenstände. Gleich kann ich das sagen. Alter, Gegenstände zum Weiterentwickeln hier. Und zwar, entweder eine Paladin-Robe, ein Lord-Probe, ein Meister-Probe, eigentlich immer eine Probe da, oder ein magisches Buch, ein anderes Buch, 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 Buch. Würfel, Würfel, Würfel. Also, entweder haben wir Proben, Bücher, Würfel, oder Flöten. Irgendeine Ketten, Morgensternkette, oder Ketten. Haben wir Öl. Nee, nee, Wolfsseele, irgendeine Seelen. Ja, wir haben eine Silvane-Wolfsseele. Ah ja. Kriegermensch kann ich da werden. Das ist zum Beispiel so ein Gegenständ. Das ist für mich. Kann ich ein Kriegermensch werden. Ey, guck mal, wir haben einen Bulls-Augenwürfel. Oh, ich will ein Dervisch werden, eigentlich. Scheiße. Dämonische Wolfsseele, wo ich doch. Bleibt ihr es vielleicht für mich? Nee, 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 Runen. Runen, Salzflasche, Flasche. Also, entweder haben wir Flasche, Runen, Würfel, Bücher, Proben, oder Ketten. Ich kann mich nicht verwandeln. Also, hat nur ein Gegenstand, ich. Könnte ich Kriegermensch werden. Augen gehen nicht, oder? Nee, schade. Kriegermensch, warte, muss ich mal checken, ob ich das werden will. Wohl der ist viel cooler, also irgendwie, ne? Ich kann mich nicht verwandeln. Ja, wir haben auch eine Flöte. Nee, ist nicht. Wie, was ist nicht? Du hast doch gesagt, wir brauchen Flöten. Ist nicht. Flaschen. Ich will aber derbisch werden. Hat er nicht gesagt Flöten? Schade. Nein, Flaschen und Runen. Achso. Kriegermensch. Ich brauche Runen, ich bin ja irgendwas mit Runen, Jungfrau oder irgendwas. Scheiße. Alle Gegner, ein Gegner, Licht, Dunkel, Wandlung. Okay, geh mal raus aus dem Spiel, dann gehen wir noch ein bisschen zu suchen. Aber dann habe ich auch kein Kraftwasser mehr, ne? Wenn ich sterbe, ich werde. Am besten nehme ich schon das, was wir jetzt hier haben. Dann habe ich mein Kraftwasser weiterhin, auf der höchsten Stufe. Ja, ich habe einen Druckpunkt und eine Baumklinge. Ach ja, kann ich einen Zauber noch machen. Ja, ich glaube, ich werde es auch nehmen, Kriegermensch. Licht, Dunkel, Wandlung. Dann bin ich ein Licht, Dunkel, ja, ich glaube, das wollte ich auch werben. Genug. Dann habe ich einen Megadritt von 1000, dritten, äh, von 100 dritten. Ja, ich glaube, den nehme ich. Komm, tu mal das auswählen, das Item, das ist, ich warte jetzt ein. Welches? Ja, was du da? Ja, da hat es doch reingemacht. Ich habe alles reingemacht, was ging. Scheiß drauf, egal, ob das Scheiß ist, ich nehme es trotzdem. Konzentriere dich. Volle Kraft des Manas, würde ich jetzt. Guck, das ist auch ein besonderer Gegenstand. Ulz Augenwirbel, genau, da geht auch für jemanden. Für wem geht denn da? Und das geht auch für jemanden, Kleidnir geht auch für jemanden. Das ist auch sowas. Werd ich es mal probieren. Habe ich doch gesagt. Der ist auch für mich. Silberne Wolves, ja, na gut, den nehme ich jetzt mal. Ich denke schon, vielleicht sind es unsere Gegend, vielleicht kamen dann keine Truhen mit Gegenständen mehr. Nein, nein, wir können immer zwei, immer zwei Gegenstände können wir sammeln. Für jeden. Okay. Okay. Eine Krieger-Mensch, genau. Krieger-Mensch. Ich will auch. Dann macht doch. Voll zieht den Klassenwechsel. Aber der ist auch geil, ne? Aber der hat dann keine Heilen mehr. Das war eigentlich bloß die Option, die wir hatten eigentlich. Wenn ich jetzt mit Kraft erschadet, Hand Gottes und Krieger-Mensch als Auswahl. Ich probiere mal das. Ey, guck mal, wir haben den Würfel noch. Also, wir haben die Items noch behalten. Nein. Ja, natürlich. Ich habe doch nur für mich das benutzt. Nein, die sind alle drei noch da gewesen. Und geil siehst du aus, ey. Sailor Moon, Sailor Night Toon oder so. Was bist du jetzt geworfen? Fenrir-Ritter. Fenrir-Ritter ist sie geworden. Echt? Ja. Kann ich denn jetzt? Guck mal. Guck du mal, Kill. Ja, warte mal. Wie heißt der Klang? Guck mal bei dir ans Menü. Ja, hab doch mal. Ich will gucken. Fenrir-Ritter, ne? Ja. Ja, da bist du das unten. Dunkel, dunkel. Also, du bist echt böse geworden. Ja. Besserung, Schutz runter, Geschwindigkeit runter, Geist runter, Kraft runter. Cool, du kannst eigentlich alles runter. Alles runter machen, aber du hast einen neuen Zauber, nämlich Laminan Naga. Der weckt jetzt seine Gegner ein Laminat ein. Das ist ein Gott. Die kann jetzt ein Gott zaubern. Marduk. Hey, du hättest die ganze Zeit Götter schon zaubern können. Für die ganzen Zeit Götter. Ich hab den Zauber nicht. Doch. Du hättest die ganze Zeit... Da, guck, wir haben die alle drei noch. Silberne Wolfsseele, Gleipnier und Bullsauber. Augenwürfel. Dann hat man halt mehrere davon. Nein. Dann müssen wir ja aber. Ja, das haut ja nicht hin. Ja, vielleicht... Ja, vielleicht sind die dann verwendet. Vielleicht haben wir da zwei, drei Gesammelhose. Vielleicht hast du auch einen Cheat eingebaut. Nein. So, mal gucken. Wo, guck mich an, Alter. Ich bin voll komisch. In einem... Ninja, 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 Meister. Na, muss ich auch mal gucken. Oh, ja. Oh, yeah. Jetzt hab ich endlich geile Haare. Ich bin... Pinky Poo, Pinky Poo. In einem Ninja-Meister. Ah, du wärst aber bei Nachtklinge cooler gewesen. Ach, komm. Jetzt bist du... Was hast du? Schattensprung. Ein Gegner. Okay. Was hast du denn? Neues? Nichts Neues. Oh. Du wärst echt... Du wärst echt das andere werden müssen. Ich speichere jetzt auf den untersten. Hast gehört? Was? Du wärst echt das andere werden müssen. Die Nachtklinge. Dann hättest du nämlich fünf neue Zauber gehabt. Ja, komm. Scheiß auf die Zauber. Ich will jetzt endlich mal Damage machen. Ninja, Meister. Jetzt hast du bloß ein bisschen mehr... Kraft. Da kann man vielleicht... Vielleicht kann man noch anderen Gegenständen verwenden. Ne, ne. Ist jetzt vorbei. Einmal entschieden war's das. Egal. Jetzt haben wir's halt so entschieden. Ja, wir haben... Außer Pinky, da ist jetzt Low-Level. Da hätte mit der anderen Variante mehr... Ach komm, ey. Du bist Low-Level. Jetzt lass uns hier mal endlich das Heilige-Mahner-Schwert ficken. Haben wir gespeichert? Ja. Gut. Wir haben jetzt auf einen anderen Speicherstand gemacht. Du hast auf jeden Fall... Götter, du... Ach, ich will noch was anderes... Du hast auf jeden Fall... Du hast auf jeden Fall... Du hast auf jeden Fall zaubern. Du müsstest eigentlich jetzt zum Gott zaubern können. Nein, ich hab nur vier. Wir müssen erstmal leveln. Drüben mal hoch. Nein. Sie hat das schon. Sie hat das schon. Drüben mal hoch. Du musst irgendwo... Gott... Ne, nicht. Picano, du hast keine Götter. Ich werfe jetzt erstmal mit dem Würfel. Oh. Lord. Was sind die? Ach so, okay. Ich hab nur das. Ich kann nix machen. Was ist eigentlich Mardu? Ne, Quatsch. Wie heißt das? Ich hab nur vier Zauber. Wie heißt denn das bei dir? Vielleicht lerne ich den noch. Nein, den hast du automatisch dann schon. Deswegen wunderschön. Das ist ein bisschen Zauber, den ich vorhin auch schon hatte. Ja, deswegen wunderschön. Ja, genau. Du hast aber definitiv einen Zauber dazu gekriegt. Nämlich die ganze Zeit schon hast du nämlich einen Zauber. Nämlich Lamin Naga müsste irgendwo sein. Und wo soll er sein? Ja, das ist eine gute Frage. Du kommst wahrscheinlich gerade in irgendeiner Fake-Anleitung. Nein. Ich weiß, dass er den hat, weil ich den selber schon eingesetzt hatte. Boah, was ist denn hier los? Ja, du hast auch vorhin gesagt, die Gegenstände, die... Wir brauchen Flaschen und Runen, sonst können wir uns nicht verwandeln. Na, haben wir doch gemacht. Wir haben doch das eingesetzt. Wir haben keine Flasche und Runen eingesetzt. Ja, die hat er alles ein bisschen umbenannt. Kann schon sein, aber du hast zumindest einen Gott. Du hast die vier Zauber, genau. Schutz runter, Geschwitschtheit. Ich bin selber Gott, Dieter. Jetzt lass doch Mary erst mal ein Level abbekommen, dann sehen wir das. Ich bin die Göttin hier. Ich bin die Göttin hier. Die Göttin Isis. Anforderung Intelligenz. Achso, Anforderung Intelligenz 15. Na siehste. Du musst halt gucken. Guck dir das an, Alter. Aber ich hab an, glaub ich, mein Zauber, ne? Nein, ich hab nur die zwei. Nein, du hast nicht genug Intelligenz. Du bist Killed Me. Du bist Killed Me. Du bist Killed Du 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 Du. Lies mal mit Bücher. Naja. Ja, lass mich mal den Typen erst mal platt machen. Ich will mein Superspecial sehen. Geist 14. Bin gleich down. Das macht mir nix. Und hier guck dir das an. Ja, stimmt. Ich muss auch Geist erhöhen bei mir. Geist 14 brauche ich. Mary braucht Intelligenz. Die Umstände kann man wieder raus machen. Also Mary braucht Intelligenz 14. Ich brauche Geist 14. Da kriege ich meinen zusätzlichen Sauer. Halt, stehen bleiben. Intelligenz muss ich ja gar nicht erhöhen. Oh yeah. Nein, wie war's denn, du? Müssen wir gleich mal gucken hier. Hey, guck mal dann, ne? Was wir hier so haben. Ninja Meister. Und du hast auch 4 Zauber, ne? Ne, 5 Zauber müsstest du haben. Tja. Dazu müsstest du Agilität erhöhen bei dir. Okay. Ich hab ein Knot. Das ist ja wichtig. Dürfen wir nicht vergessen. Ähm. Hallo? Hallo? Okay, warte mal. So, guck, was brauchen wir noch alles? Popoöl. Oh ja, das ist ganz wichtig, das stimmt. Wie konnte ich nur das Popoöl vergessen? Du hast es nicht eingepackt, verdammt. Ohne das Popoöl können wir nicht los. Ich muss jetzt mal ein bisschen Lokulade aufleveln. Ein bisschen Honig einpacken. So, wir haben noch ein Slot frei. Was packen wir da rein? Irgendwas. Ich packe einen Scheiß rein. Wovon haben wir denn mehr? Was machen? Drei. Juhu. Waffen und Rüstungssamen. Sternkraut. Das macht das? Ich weiß es nicht. Tut Vergiftungen so heilen. Ne, das macht schon Heilkraut. Sternkraut. Ach ne, Sternkraut tut doch doch... Ausbecken oder so. Ne, wenn du versteinert bist oder so. Ah ja, gute Idee, das packen wir mal ein. Ja, vorsichtshalber. So, geh mal hier in die Übersicht hier von uns. Ich werde nicht zocken. Ja, man kann es nicht. So, Inventar, ne, Stadt, ja genau. So, und da brauchen wir, was heißt denn du bist jetzt? Ja, das bist du. Du brauchst 17 und zwar bei Agilität. Eins brauchst du noch, dann kriegst du einen neuen Zauber. Agilität habe ich 18. Ja, bei 19 kriegst du... Ach so, du hast mir doch gerade 17 sagtest. Ja, genau. Stimmt, dann müsstest du 5 Zauber haben. Ja, hat er auch. 5, ne? Die habe ich schon lange. Ja, ab 17. Ist okay. Dann geh mal auf mich oder Mary. Mit LR. Warte, ne. Geht nicht. Klar, LR. Ah, select, genau. Ich bräuchte Geist... Ne, warte, ich bräuchte... Krieg du aus? Ich bräuchte... Ne, ich brauch nicht Geist. Doch, ich brauch Geist. Ich brauch Geist 13. Wie hab ich? Ich hab 14, also müsste ich jetzt auch den dritten haben. Äh, ja, 13, 14... Ich muss da erstmal 11, dann. Ne, ne, Geist. Und du, was hat Mary? Und die braucht Intelligenz 17, dann hat sie ihren neuen. Also einmal Intelligenz noch aufmachen. Super cool, aber ist auf dem Bild hier. Und ich hatte Geist 13, ne? 14. 14. 14 hatte ich Geist, 14. Vielleicht Intelligenz 14. Geist 13. Ne, ich müsste es jetzt haben. Also habe ich quasi Zaubermondklinge. Ach, Quatsch, äh, 13. Was machst du jetzt? Ach, 14. Ah, 14. Ich brauch Geist. Ja, ich brauch noch auch einen. Einen brauch ich noch. Ah. Na gut. Ich hab jetzt... Nein, ich hab nicht. Mach mal weiter. Los. Ja, dann müsste ich jetzt haben. Weiter. Egal, mach weiter. Du brauchst erstmal wahrscheinlich ein Level-Up, damit sich das aktualisiert. Kann sein, weil hier fehlt mir einer. Deswegen sagten wir die ganze Zeit, lass uns doch erstmal ein Level-Up machen. Und du hast 5. Guck mal bei dir nochmal rein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, du hast nämlich alle, siehst du. Mary fehlt 1. Was mehr kriege ich nicht? Das sind die, die ich vorher schon hatte. Ja, na, du hast die falsche Klasse gewählt. Hättest du die andere Klasse gewählt, ne? Ach, komm, leg mal am Arsch mit der anderen Klasse. Jetzt halt dich fest, hättest du 5 neue Zauber gekriegt. 5 Stück. Hättest du dann 10 Zauber oder was? Ja, richtig.